Bekommen zurück zu One Piece Pirates Various. Das letzte Mal hat sich mit Lissop den Indies Lobby 8 gespielt und konnte leider nicht Sogeking spielen. Obwohl er Lissop sich in Sogeking verkleidet hat, weil er seine Identität verstecken wollte vor Ruffy halt. Weil sie sich ja in Water 7 gestritten haben. Aha, ich kann nur Zoro und Ruffy die Kleidung ändern. Warum? Ha. Jedenfalls kommt bei ihnen jetzt auch die letzte Episode und zwar auf Sabo Ode RGP. Das wird leider Gottes noch mehrmals rankommen. Es wird auch mit Sanji... Äh, mit Sanji... ...diese Episode rankommen. Mit Chopper wird es noch vorkommen. Bei Robin, Frankie und Ruf. Also noch genügend. Ah, jetzt hat er zwei Balken. Das heißt, einmal einen bestimmten Balken voll. Meine Nase kittet. Ja, dann kommt ja wieder dieser Kack. Oh, das ging schnell. Und auch schon eroberst. Auch gut. Ja, sorry. Mein Arm hat gerade gejuckt. Also gerade gekittelt. Ah, manerado. Rufa. Lutaf Franky. Ja. 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 ...Kanami-Boshi, Kanami-Boshi, San-riesen, Uku. ...Kissatsu, Nohade, Kiyo. Schon wieder?? Kanami-Boshi, Kanami-Boshi, says-ga, temsu Saboten-Boshi. Kanami-Boshi, ...kissatsu, saksu,ブinden, Saboten-Boshi, Kanami-Boshi! ...Kissatsu, Salesen, Saboten-Boshi, Kanami-Boshi, Nah-чи. Na toll, und das wollte ich mich einsammeln. Schön weggepustet. Der hat mir auch gerade noch sehr gefehlt. Hier, kannst du mal ein bisschen Futter haben. Die Besserung habe ich kein Problem. Die Besserung ist dann aber noch nicht ganz gut. Sieg nicht die ganze Zeit, die der Niveau nicht nicht wiederholfen. Sieg nicht die Garten. Sieg nicht die Garten. Sieg nicht die Garten. Soll das jetzt... Schau mal. Tschüss. Hab er schon. Zwei Stück. Wenn ich's noch nicht mitbekommen hab. Schau mal. Weck da Franky. Alter, wehe, hat er jetzt keinen Schaden bekommen. Was ist das denn für ein Kack? Dafür ist er jetzt so besiegt worden. Ich mach erstmal den hinteren. Ups, wollte ich nicht einsammeln? Ich habe schon mal gesehen. Queeeach. Das war's für heute. So, Alter, es ist fast 6 Minuten vergangen und ich bin schon wieder so weit gekommen. Ah, warte mal, wir haben gerade ein Territorium erobert. Es war den Anfang-Territorium. Schämt ihr euch nicht? Nicht mehr lange. Da freut euch nicht zu früh. Ja, erst mal muss ich wieder am Territorium A zurück erobert. Ja, und seine toten Kopfwitze. Hat das einen Grund? Darf die Saarland gehen? Darf die Saarland gehen? So, erst mal gehe ich speichern. Wieso haben sie jetzt schon wieder diesen Territorium erobert, Alter? Ich bin der Autor. Oh, ich bin der Autor. Oh. Geht mir jetzt alle voll auf die Nerven, wisst ihr das? Alter, ich suche erstmal Brook und helfe ihn, ihn. Geht mir jetzt! 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 Geht mir jetzt alle! Geht mir jetzt! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin der Fall, ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall, 3,000 Euro! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ich werde mich hier verletzen! Ich denke, ich werde mich nicht mehr verletzen! Ich bin der Fall, Muffi! Gleich 15 Minuten! Ich bin der Fall! 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 Achso, ihr habt es gerade erobert! Sehr schön! Dann sind es nur nach 3 und dann... bin ich auch mit Lissop endgültig durch! Ich bin der Fall! Aber ich finde... die Parkes Pista und Ding... waren diesmal viel einfacher gewesen! Allgemein ist mit Lissop irgendwie alles einfacher! Ich bin der Fall! 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 Wer weiß? Vielleicht habe ich mich damals mit Damian bisschen blöder angestellt! Kann ja auch sein! Das war's für heute. Oh! So, dann bleibt nur noch einer üblich. Ich glaube, ich habe ihn gerade hier zu früh gezuckt, oder? Oder bei der falschen Stelle erst. Ich weiß auch, wo ich mit Nami alleine gegen ihn kämpfen musste. Wo ich gerade noch so es geschafft hatte. Was mit dem Direktor? Was mit dem Direktor? Was mit dem Direktor? Was mit der falschen Stelle? Was mit der falschen Stelle? Was mit dem Direktor? Die Kugeln sind ziemlich mit der Kugeln. Ich bin der Kugeln. Das ist ein Schacht! Der Kugeln ist ein Schacht. Das ist ein Schacht. Der Kugeln ist ein Schacht. Der Kugeln ist ein Schacht. Der Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Das war's für heute. Oh oh Nein, da wollte ich gerade weg Abhauen Ich hoffe, er bleibt noch da Ja Gute Arbeit, Jungs Oh, Ruffy war fast down Und Brook auch Ja, endlich mal wieder S-Rang 21 Minuten Nice Lass ich lache Ach Aber man kriegt ne Sura King Münster, ja Das kennen wir schon alles Ja, damit sind wir auch vollständig mit Lissab durch Und da habe ich schon die Trophäe erhalten König der Schützen Soga King Obwohl, eigentlich heißt er Lissab, aber nicht Soga King Ist ja nur sein Spitzname Oder sein Deckname, besser gesagt Egal Oder habe ich vielleicht jetzt ein Skin von Soga King Auch nicht Ich frage mich, ob das jetzt nur Zorro und Ruffy haben Verschiedene Kleidungen Oder ob die ein bestimmten Level haben müssen Komisch, mit Lissab habe ich Level 17 erreicht Und mit Nami nicht Jedenfalls Ab dem nächsten Part Sperre ich mit Sanji spielen Bei ihm wird es definitiv das Donkrieg Akt Losgehen Das heißt er wird auch so ca. 5 oder 6 Episoden haben Ja Dann bedanke ich mich, dass du zugesehen hast Und dann sehen wir uns dann nächstes Mal mit Sanji Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss Bedeutung 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 Bedeutung